Guck mal, im Sumo 4 Vers 71 steht, Le Takulu Thalepha. Mit Thalepha ist hier Trinität gemeint. Das heißt, sag nicht, Gott ist einer von drei. Wisst ihr, was sie sagen? Widerspruch. Weil wir müssen ja Thalepha sagen, wenn wir diesen Vers vorlesen. Ja, ne? Das ist der Witz des Monats. Wir müssen jetzt, guck mal, das ist der klare Widerspruch. Also, im Koran steht, Le Takulu Thalepha. Sag nicht Thalepha. Sag nicht drei. Damit ist Trinität gemeint. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jetzt sagen die, ja. Aber du kannst ja gar nicht den Koran sagen und nicht Thalepha sagen, wenn du diesen Vers vorliest. Hohohohohoho. Mashallah. Da denkst du echt, du bist bei der Muppet Show gelandet. Hohoho.